Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Alligator. Der Alligator trägt seinen Namen nicht zu Unrecht. Er ist ein Shooter mit einer giftgrünen Farbe. Probieren Sie ihn, wenn Sie nüchtern sind. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Wodka 2cl Midori 1cl Vermouth 3 Viertel Teelöffel Zitronensaft Crushed Ice Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Cocktailglas Zubereitung Eis in eine Shaker geben. Wodka, Midori und Vermouth dazugeben. Alles gut durchschütteln. In ein Cocktailglas abseihen. Eiskalt servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit! Yeaziye wird das eine Flache schraubt ö достаточно. Alles gut in seinem Nick Jersey und Gase, muss auf Dschwung sein, aber nicht mehr. Also Cube wird das alles weg. was sagt, hier ohne anlam, was Dschwungs in Whinea, soll es mal unbedingt Note de venir. Vielen Dank.